Ah, angekommen. Hä? Ach, ins Spielringt haben wir auch nicht schlecht. Wir machen bald die Kampagne-Kloss weiter. Aber ich will noch... Ich weiß nicht, ich trau mich nicht. Rein theoretisch sind wir vom Level her weit genug. Theoretisch. Nein, geh weg! Obwohl, die können wir machen. Machen wir die? Ja, die machen wir easy. Da war er. Machen wir die? Machen wir die? Hier stehen die AFK. Hier stehen AFK rum? Why? Wie mit dem Sicher vorhin? Kostenlose Erfahrungspunkte nehme ich. Aber schon ein bisschen stumm. Gibt es daran, dass wir so hohes Lippen haben? Nee, kann nicht sein. Der sicher war schon für 42. Los! Den Spruch haben wir heute auch schon dreimal gehört. Was ist mit meinem Leben passiert? Nein! Oh, das ist nur so einer. Aranea! Aranea! Ich glaube, ihr könnt ihr Tömer gebrauchen. Wie sieht's aus? Ja, danke! Uff! Das ist ja komplett weg. Ja, das ist dann nur ein 38er-Sieger. Oh nein, weg, 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 weg. Oh, mein Leben. Ach stimmt, die braucht drei Balken, die Aranea, für die Flurhaut. Ja! Oh Mann, du bist so tot. Einfach tot. Oh Mann, was machst du hier eigentlich? Sicher, Bekämpfung gehört selbstverständlich zu meinen Aufgaben. Ich bin auch getroffen. Du hast uns eine große Hilfe. Echt, dir danke. Ich finde Götter super. So, können wir weiter? Oh, da ist einer. Mach's gut. Nein! Ich gehe, tschüss. Ich sehe, sie haben es halt mit mir. Das Wetter ist auch 1A. Ist das so ein Stützpfeiler? Danke. Vielen Dank, mein kleiner Chocobo. Bei dem Wetter auf den Strommast zu klettern, ist das dümmste, was ein Mensch machen kann. Man sollte, sobald Gewitter ist, sobald es regnet, einfach nicht mit Strom arbeiten. Das don't do it. Das kann ins Auge gehen. Das ist ja schon im Trocknen heftig. Ich spreche da aus Erfahrung. So ein bisschen. Sieht gut aus. Keiner geht in das Umspannwerk und es regnet. Keiner. Da gibt's kein Problem. Aber du gehst auf jeden Fall nicht auf das Feld mit den Isolatoren und allem. Mach mal nicht. Also du hast irgendwie ein paar Schrauben locker. Ähm. Wie viele sitzt da noch? Zwei? Ne, einer. 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 Auf der anderen Seite. Eure Majestät, bitte nehmen Sie die Leiter und springen Sie nicht. Ich brauch sie noch. Ich hätte gedacht, dass diese Quest so ekelhaft ist. Dann mach ich lieber noch 20 Millilie die Panzerparade. Ich darf nicht abspringen. Und mein Schokobo. Da ist mein Schokobo. Nein, wir reden nicht drüber. Nein, wir reden nicht drüber. Um in dem Hotel pennen zu gehen. Wir haben nichts gesehen. Was keiner weiß, macht niemanden heiß. Ich sehe fast nichts. Sind wir gerade bei der Festungsmauer? Ah ne, das ist ein Damm. Wo ist denn das? Da ist ne, da ist ne. Hm. Hm. Oh, ne Brücke. Denk nicht mal dran. Nein. Wir haben noch nicht genügend Erfahrungspunkte. Wir haben noch nicht das richtige Hotel hier. Hier ist ne Angelstätte. Ihr seid wieder hochgekommen. Ich war auch. Ich war auch. Was ist denn in der Nähe? Wir werden dann sogar hier unten, ne? Am Kap kämen. Ich würde das noch überlegen, wo wir pennen gehen. Es lohnt sich halt gerade langsam. Es ist aber nett, dass sie den gleich hier hingestellt haben. Eigentlich müsst ihr ja nicht darauf, sondern ich gehe ja alleine. Tell me more about it. Oh, oh, Schokobo läuft aus. Das ist ganz schön hoch. Sagen wir so, unser Mietvertrag vom Schokobo läuft aus. Aha. Das könnte der Problemherz sein. Oh, haben wir es geschafft. Es waren quasi Doppelquests. Die eine Quest sagte nur, dass du es machen musst. Und die anderen Quest sind die Unterquests von der Quest. Verrückt. Und ein bisschen unnötig. Ich bin wundern, dass ich davon ein bisschen verwirrt wurde. Oh, können wir mal pennen gehen. Dazu noch die ganzen Wildtiere. Ein gefährlicher Job. Diese Holly ist echt ein richtiger Tausendsasser. Ähm. Wie kommen wir jetzt wieder hin? Muss sie scheinbar auch sein. Wenn es bei denen in Kraft ist. Drei Kilometer mit Schokobo ist so nicht drin. Ich hätte gerade super gerne schnell reisen. Denn schnell reisen. Spazen. Und dann könnten wir nicht diese wunderschöne bei Regen und Dunkelheit existierende Landschaft bewundern. Ich bin nur in Angelshop. Da können wir nicht pennen. Angelshop, von dem ich nicht mehr wusste, dass er existiert. Naja, wir wollen das Schokobo ja auch in der Welle Fuß suchst. Irgendwann muss ja auch mal in die nächste Ortschaft kommen. Wen ist eine kleine. Oder wir pennen einfach im Container. Müssen wir lang rechts und links. Wir sind fast in das Talom wieder. Aber wenn der Schokobo aussieht, wird es halt. Hm. Kennen schon. Mein Schokobo und ich in der Nacht bei Regen und ohne Licht spawnt er einfach. Es fällt ihm ein. Wieso ist ein gewisser jemand immer schneller als ich? Wir dürfen es schaffen. Drei Kilometer fühlen sich wie eine Ewigkeit an. Nicht vor mir. Können wir den Shortcut machen? Nicht wirklich. Wer hatte diese dumme Idee, den Regal ja so weit hinten stehen zu lassen. Genau. Ich nicht. Ich wundere immer noch, dass mir die eine Terra Wars Quest schon wieder angezeigt wird, obwohl ich sie schon gemacht habe. Die müssen wir sonst einfach so nochmal machen. Aber die geht über eine Stunde. Obwohl, wir haben ein anderes Level mittlerweile. I don't know. Ich wundere mich trotzdem. Ich habe sie ja abgeschlossen. Ich habe das Schwert ja. Es geht nichts über die freie Natur. Wir haben die Welt doch schon gerettet. Warum nochmal? Mal. Wir haben sie fast. Yay. Yay. Nein. Geh einfach. Ist das Level 30? Ist das Level 30? Ja, bist du. Bist du spawnen können? Das war ein 40er mehr. Ach, 30. Weird. Bist du spawnen? Die Level 40 nicht mehr. Zwei getötet und schon kommen die nicht mehr. Haben Angst. Vor meiner nicht existierenden gewaltigen Macht. Hauptsache, wir fahren FP da durch. So ein Mistwetter. Du sagst es. Wir könnten ja eine Gottheit beschwören und fragen, ob sie die Walken wegmachen kann. Wird nur nicht passieren. Die Donnergott haben wir auf ewig nicht mehr gesehen. Der, wo gerade macht. chillen. Einfach nur chillen. Oh mein Gott, wir sind unter ein Kilometer. Ich seh's schon. Ich seh schon das Ziel. Wir haben's fast. Oh mein Gott. Ich muss nicht zur Seite runterspringen. Dann gibt's Chicken McNuggets. Frische. Aus Schokobo. Aber sowas waren. Oben sind die Feinde. Echt angenehm hier. Nein, nicht vor der Stadt. Nein, 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 nein. Super, leg dir echt zweimal bitte. Ah, die Patrouille im Klug. Mann, ist das wieder heiß hier. Und zieh halt das Hemd aus. Ich bin doch nicht du. Genierst du wohl was? Mal gucken, ob wir in dem Hotel übernachten. Weil das bringt auch viel. Wir können einfach mal hier in dem Hotel übernachten, actually. Tastendoppelbelegungen aufheben und springen eine und dieselbe Taste sind. Wo komm ich da rum? Hier lang gar nicht. Hier müsste es gehen. Das Hotel müsste auch was bringen. Wie viel Gold haben wir? Von 20.000. Da brauche ich ja noch was für Elixiere. Ups. Scheiß drauf. Das ist zwar nicht viel, aber... Drei Tage habe ich nicht gepennt. Drei Tage war... Hat nicht viel gebracht. Das ist ein schönes Foto. Oh Gott, die Haarrennen da rum. Man sieht den zwei kaum. Stimmt, ja, haben wir gesagt. Mal Fotos von Noctis. True. Ich habe, dass von unserem epigen Kampf kein Foto da ist. Außer das da. Ah, so. City-Herrschaft ist wieder ausgepennt. Guten Morgen. Na? Stimmt, die Elektrikerinnen werden uns jetzt bestimmt alle grüßen. Wenn die uns sehen. Wo ist denn der Dude? Nein, ich will keine ab... Ne, ich will eine abgeben. Aber bis zur nächsten Lieferung dauert es wohl noch. Meinem Lieferanten ist die Fracht nämlich vom Wagen gefallen. Und das an einer ziemlich gefährlichen Stelle. Keine Ahnung. Ach so. Wenn du Lust hast, kannst du natürlich versuchen, das Zeug selbst zu sichern. So, so. Na, bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Was habt ihr eigentlich für Lieferanten? Langsam wird das kriminell. Ähm. Da hinten. Da hinten. Ist das deine Lieferung? Ja. Ja, das ist sie in der Tat. Vielen Dank. Gerade noch rechtzeitig. Sah mich den Laden schon dicht machen. Möchte auch was zu essen haben. Ich habe gerade eine Errungenschaft. Zeile für Zeile 5. Das ist gut oder schlecht? Soll ich meinen Strommasten abgeben? Ist das auch so eine Kackfest? Das mit den Lichts... Lichts... Lichtsinn? Lichts... Keine Ahnung, was die Mehrzahl von Licht ist. Das ist schon wieder eine Quest. Ich gehe gleich Kampagnenquests machen. Ich will nicht mehr. Ich will mal wieder was von der Story hören. Ich will vielleicht auch mal ein bisschen andere Landmasse sehen. I don't know. Wir haben Masten untersucht. Willkommen zurück. Ist alles inspiziert? Ja. Und repariert. Wirklich? Vielen Dank. Dann brauche ich ja zum Glück nicht mehr auszurücken. Ja. Einer war defekt. Also doch. Danke. Wenn ich weiß welcher, ist die Reparatur ein Klacks. Ohne Strom hätten wir nachts kein Licht, um die Sicher von den Leuten fernzuhalten. Wisst ihr? Die Belohnung habt ihr euch verdient. 5000. Nein. Sie hat noch einen. Hey Kleiner. Geht so. Ja. Man hat von den Je... Was? Nein. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020